Hallo lieber Steinbock und willkommen zu dieser besonderen Taro-Kartenlegung für den Zeitraum des rückläufigen Merkur im Widder. Und zwar ist er vom 2. bis 25. April rückläufig. Ich bin Daniela von Sonne-Sand-Meer-Taro. Das hier ist eine allgemeine Legung, die passt nicht für jeden. Ich gebe keine persönlichen Ratschläge. Ja, und du darfst dich einfach von dem, was dich anspricht, inspirieren lassen und den Rest, den lass beiseite. Gut, und ja, der rückläufige Merkur, der wird oft so ein bisschen als lästig empfunden. Man soll da ein bisschen aufpassen mit Verträgen und solchen Sachen, ja, weil es einfach sehr häufig zu Missverständnissen in der Kommunikation kommen kann. Der Merkur, wenn er rückläufig ist, dann bringt er uns aber auch immer Chancen und Möglichkeiten, die Dinge in unserem Leben positiv zu wandeln. Und darauf schauen wir hier in dieser Legung. Also, dieser erste Bereich ist das, was am stärksten betroffen ist. Ja, in diesem Bereich ist die Kommunikation immer ein Schlüssel zu Wachstum, Harmonie, Stabilität und Expansion. Und hier liegt das Ass der Schwerter. Also, das, was bei dir am stärksten betroffen ist, ist deine mentale Klarheit, auch ein bisschen so die Intuition und die Anbindung nach oben an die universellen Energien. Ja, wir schauen mal tiefer rein. Erkenntnis, ja. Der rückläufige Merkur bringt dem Steinbock vor allem Erkenntnisse. Und ich kann dir nicht sagen, welche Erkenntnisse das sind. Das können immer positive Erkenntnisse sein, die dich wirklich weiterbringen. Das können manchmal aber auch, ja, einfach sein, dass sich eine Enttäuschung aufdeckt und man quasi enttäuscht wird. Das heißt, die Täuschung geht raus. Ja, wenn wir irgendwie einfach einer falschen Annahme aufgelegen sind. Ja, und das ist einfach so eine Sache, wenn der Merkur rückläufig ist, dass die Kommunikation eben oft an uns vorbeiläuft, dass es zu Missverständnissen kommt. Ja, und von dem her ist es für dich ganz wichtig, egal worum es geht, dass du sehr klar bist in deinen Worten und in deiner Kommunikation, damit es hinterher keine bösen Überraschungen gibt. Ja, du kannst aber diese Phase auch gezielt nutzen, um eben Klarheit in bestimmte Lebensbereiche zu bringen. Ja, dass eben, ja, du quasi diesen Turm bewusst herbeiführst durch deine Worte, indem du eben schaust, wo es hängt. Ja, und gewisse Missstände auch ansprichst und zwar sehr klar kommunizierst. Das ist einfach ganz, ganz wichtig. Und ich habe hier die Stärke. Auch nochmal hier das Schwert. Normalerweise ist die Kommunikation während des rückläufigen Merkur schwierig. Aber ich habe den Eindruck, dass der Steinbock die Kommunikation und vor allem die sehr klare, einfache, direkte Kommunikation nutzen kann, um wirklich hier Missverständnisse aufzuklären, auch um Licht in Lebensbereiche zu bringen, die du noch nicht so ganz verstehst. Ja, wo du eben nicht weißt, was auf dich zukommt. Ja, einfach so ein grundlegender Klärungsprozess. Wir schauen weiter. Dieser zweite Bereich darf überdacht und neu bewertet werden. Und das betrifft oft unsere Beziehungen, unsere Karriereziele, unser persönliches Wachstum. Hier kann es eben sehr gut sein, dass es eben entweder Liebesbeziehungen betrifft oder jemanden, den du datest oder möglicherweise auch die Familie. Ja, das ist ursprünglich hieß die Karte die Liebenden nicht so. Die hieß ursprünglich die Brüder, diese Karte. Das heißt, das betrifft eben auch immer unsere Familie im Kleineren oder im Größeren. Und da gibt dir der Merkur einfach die Gelegenheit, Entscheidungen zu überdenken, Anpassungen vorzunehmen und dich auf deine wahren Wünsche auszurichten. Und wir haben hier die Sechs des Wassers. Und die Sechs des Wassers ist auch immer so ein bisschen die Karte des gemeinsamen Weges. Ja, von dem her, ja, darfst du hier vielleicht auch nochmal schauen, wer war in der Vergangenheit an deiner Seite? Wo passt es noch? Wer soll in der Zukunft an deiner Seite sein? Vielleicht kannst du auch die Dinge hier einfach ein bisschen anders ausrichten, je nachdem, welcher Bereich deiner zwischenmenschlichen Beziehung eben in deinem speziellen Fall hier angesprochen wird. Es sollte auf jeden Fall so sein, dass diese Verbindungen freudvoll sind, dich unterstützen und weiterbringen. Die Mondkarten sagen, es ist an der Zeit auszuatmen. Und ein Ausatmen ist immer die kleinste Einheit des Loslassens. Ja, also was auch immer hier im Busch ist, du hast hier diese Klarheit in der Kommunikation und kommst mit klaren Worten hier sehr weit. Von dem her, ja, darfst du vielleicht auch einfach in deinen Beziehungen bestimmte Dinge klären, damit es gemeinsam weitergehen kann. Dann schauen wir in diesen dritten Bereich. Das ist etwas, das darf neu organisiert werden. Und das ist immer ein günstiger Zeitpunkt, um unvollendete Projekte fertigzustellen, Gedanken, Pläne und Umgebung neu zu ordnen. Und ich sehe hier Sattheit. Ja, das ist eigentlich etwas, womit du dich nicht befassen willst. Etwas, was dir lästig ist. Von dem her ist der rückläufige Merkur für den Steinbock jetzt auch eine Phase, wo du einfach sehr gut Dinge erledigen kannst, die dir lästig sind. Ja, die du weghaben willst. Ja, also für mich ist sowas immer die Steuererklärung. Ja, das ist so etwas, das ist mir so lästig. Ja, man muss es halt machen. Von dem her, für solche Dinge, die du, ja, die dir lästig sind, die aber gemacht werden müssen, ist das ein sehr guter Zeitpunkt, um, ja, die Dinge ins Reine zu bringen, zu erledigen, was erledigt werden soll. Und dann kannst du eben auch Gedankenpläne und Umgebung wieder neu ordnen, wenn diese lästigen Dinge rausgegangen sind. Und wer mir den Magier? Ja, der Magier ist immer eine Karte, die sagt, du hast alles, was du brauchst, um diese Dinge, die du satt hast, mit denen du dich nicht befassen willst, einfach aus deinem Leben heraus zu befördern, indem du sie erledigst. Ja. Und du sollst Verantwortung akzeptieren. Ja, wir sind immer verantwortlich für die Dinge, die wir in unserem Leben haben. Und manchmal ist es besser, sich selber darum zu kümmern. Manchmal ist es wichtig, es abzugeben an jemanden, der sich gut auskennt. Wir schauen weiter in den vierten Bereich. Das ist etwas, was vernachlässigt wurde und neu belebt werden darf. Und das betrifft eben ganz oft persönliche oder berufliche Verpflichtungen. Und wir haben hier die Tugend. Und das hat etwas damit zu tun, dass du eben Pläne machst für die Zukunft und zwar auch langfristige Pläne schmiedest, die wirklich in Resonanz und in Harmonie sind mit deinem ganzen Sein. Ja, dass du einfach wieder langfristige Pläne schmiedest, die wirklich zu dir passen und eben sehr ehrlich bist, was du dir wünschst. Ja, ganz egal, ob das jetzt persönliche Ziele sind oder berufliche Ziele sind. Und unsere heutige Zeit ist sehr schnelllebig und die Dinge verändern und entwickeln sich auch immer schneller. Von dem her ist es eben manchmal ganz schwierig, wirklich langfristig zu planen, wenn man sich eben so eine Frage stellt wie, wo will ich in fünf bis zehn Jahren stehen? Was möchte ich dort irgendwo geschafft haben? So manchmal denke ich, dass sich viele Dinge in dieser Welt so schnell entwickeln, dass es gar nicht mehr so einfach ist, sich vorzustellen, wo bin ich in fünf bis zehn Jahren. Dennoch solltest du das nicht so ganz vernachlässigen, nur weil sich die Dinge ja so überraschend und schnell entwickeln. Also allein wenn wir jetzt mal bedenken, was wir an Technik, an technischer Entwicklung hatten in den letzten 20 Jahren, ja, oder in den letzten 25 Jahren. Vor 25 Jahren hatte noch niemand ein Handy oder sehr wenige Menschen hatten eben schon ein Handy. Und heutzutage ist das eigentlich normal, dass jeder das hat. Und von dem her entwickeln sich natürlich sehr viele Dinge in der heutigen Zeit. Aber dennoch lass nicht außer Acht, auch für dich zu schauen, wo möchtest du hin langfristig und eben zu schauen, dass das auch wirklich mit dir selbst im Reinen ist. Ja, das mag sein, dass dir das manchmal zu viel ist. Dennoch sagen die Karten, lass es nicht außer Acht, ja. Und spür rein, wo das Leben dich hinführen möchte, ja. Das kann auch ja gar nicht so schlecht sein, sich eben vielleicht wenigstens mal stichpunktemäßig darüber Gedanken zu machen, auch wenn man das nicht so ganz ausformuliert. Und die Karten sagen, sei offen, ja. Der Weg wird sich dir erschließen, aber wenn du eben so ein paar, man sagt ja auch Keypoints, Schlüsselpunkte. Wenn du so ein paar Keypoints notierst, in welche Richtung es gehen soll und dich immer wieder dran erinnerst, dann bringt dich das auf deinem Weg vorwärts. Und dieser letzte Bereich ist etwas, was sich regenerieren darf, ja. Etwas, was heilen und sich erholen darf. Und das ist einfach dein Erfolg, deine Erfolgsenergie, dass es weiter geht, dass deine Ideen aufgehen und nicht durchkreuzt werden, ja. Dass sich die Dinge positiv und in deinem Sinne weiterentwickeln. Und ich habe hier die 6 der Luft. Und das ist zweimal die gleiche Karte. Ach Quatsch, stimmt gar nicht. Das ist die 6 des Feuers und drunter haben wir die 6 der Luft. Ja, also es mag sein, dass du hier vielleicht auch gedanklich so ein bisschen auf eine Reise gehst, ja. Und einfach wieder, dass diese Option, dass die Dinge sich in deinem Sinne entwickeln und du umsetzen kannst, was du dir wünschst, ja. Dass das möglich ist, dass diese Möglichkeit ist das, was heilen darf. Ja, manchmal wollen wir schon gar keine Pläne mehr schmieden, weil wir denken, es kommt eh immer anders. Und es gibt ja auch so diesen Spruch, der heißt, willst du Gott zum Lachen bringen, dann erzähl ihm von deinen Plänen. Und ja, ich sehe aber, dass hier eine neue Ausrichtung möglich ist und dass eben wirklich auch hier die Schlüssel dazu gegeben werden, dass diese Samen aufgehen, ja. Dass sich diese Dinge entwickeln und sich eben auch einfach umsetzen lassen. Also die Pläne schmiedest du nicht umsonst. Und ich habe hier den Unkait, der sagt, lebe im Hier und Jetzt. Ja, lebe im Hier und Jetzt, schließt aber nicht aus, dass wir uns auch auf eine positive langfristige Zukunft ausrichten. Es scheint aber im Hier und Jetzt auch schon sehr viel möglich zu sein, was eben aufgeht von deinen Plänen und Gedanken. Ja, lieber Steinbock, soweit ein Blick in diese Energie des rückläufigen Merkur im April für dich. Ich hoffe, die Legung war dir hilfreich, konnte dich ein wenig inspirieren. Ich freue mich riesig über Likes und Kommentare. Wünsche dir alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Und natürlich gibt es auch die Möglichkeit, meine Arbeit und diesen Kanal hier mit einem Kaffee zu unterstützen. Da freue ich mich wahnsinnig drüber und es hilft mir dabei, diesen Content hier weiter fortlaufend, kostenfrei anbieten zu können. Den Link dazu findest du unter dem Video und ich sage herzlichen Dank und alles Liebe.